hallo herzlich willkommen hier bei fiktor jäcker partnummer 49 und mit dabei ist der kühle robert deshalb weiß der krise unter stecken so weiß ich nicht so guck mal ich habe noch ein schneiden aus stecken las stecken schreibt man alles mögliche mit die last nice oder das wäre natürlich richtig cool am besten an kriegers schreibt einfach in die kommentare schreibt mal alles was euch mit glas einfällt so lassen kann ich nur was geiles sein las mir doch ein wobei war das tun wir bewerbs liegen und noch zwei mal habe ich tausend siege gegen mit messern gegen siege mit messern ja das ist der sunrise sprache wurde geboren bis zu seiner in den sammars versteht man nicht er wohnt so weit ein ausland er ist ja hier die ganzen leider immer ohne witz ich sehe in meinem wurfcontroller schon diese platine die sind ja richtig uncool eigentlich muss man ja sagen hier do not join please killer kick habe ich schon mal gehört übrigens wir machen jetzt mal heute eine sei erster folge hieraus aber das macht man hier taktik plan wie geht es hier los was gab was auf freunde lass mal was hören ihr habt schon alles falsch falsche sachen bei kann sage ich euch jetzt schon das sehe ich wer von euch hat rauchgranaten bei ich ja wo hast du die denn her gehe alle durch die mitte ok das ist nicht die mitte das sage ich euch jetzt schon ein bisschen was schon losgelaufen wir laufen die linke mitte die linke wer ist auf der rechten mitte die linke mitte ja gut gibt es mit der mittigen mitte ich wollte noch mal sicher gehen ja weil wenn der kühler schießt kann man nicht sicher sein das sind ja auch noch irgendwelche fragen zu meinen taktiken ja machst du auch kills 6 zu 0 ich muss ja hinten bleiben musste hinten bleiben oder lässt es bleiben alle alle über die rechte flanke genau das ist recht die anderen partner wo seid ihr schnauze mach einfach taktik versuchen die mittige mitte da hat noch gerade eine neue lobby nicht nur eine bekannte zwei der kasten killer doch trotzdem gegen uns die stadt ok mieden ja hier in der mittigen mitte ja gut gemessen wird gar nicht getötet wenn wir wissen die auch war wie geht das ist sie gut oder so was du hast du laminat oder was hast du die fresse hier klein abgefuckten drecks nein ja bei deinem hättest du brauchst du gar nichts machen der krise ist bei uns einer der zwei wegen zwei ich rede von unseren leuten aus den eigenen reihen wirst du verraten über dir unter mir hinter dir links 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 also es ist nur noch einer da das bist du gegen einen anderen kann er nicht verstehen bleiben da kommst du nicht hinterher wenn du dich jetzt dahinter liegt während er legt und sobald er aufsteht nimmst du die bombe schon und entschärft weil die meisten rennen erst mal irgendwie ein paar meter weg dass die bombe schon entschärft keiner rennt erst noch durch die bombe herum nicht direkt hinten reinlegen quasi in den arsch legen davon gab es mal ein video vom commander krieger auf trailerpark der runde direkte gefahr starker weiß sieht scheiße aus wie viele kugeln das kleine piskind er gab mir da einen ab du potze der kann gar nicht kann gar nicht Hallo, wo ist denn der? Rede doch mal einer hier Ich seh da hinten einen und ich trau mich nicht Links, Q Genau der Ja gut, kann ich verstehen Wenn du ein bisschen laut wie Ich weiß nicht was Alter Ey, ist gut Rüberspringen, in der Luft die Waffe wechseln, Lars Schau mal, das kann ich dir da ProMove Der hat einfach die Kugeln gegessen Ja Die Kugeln sind abgeprallt am Boden Durch die Bombe durch Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel Ich hab überhaupt keine Ahnung, gib mir die Bombe, die haben wir eh schon gebombt Wir haben die Bombe Richtig Meter, ging die Meter Feindliche Aufklärungsdrohne gesichert Was habe ich eigentlich für Perks? Ich glaube ich habe keinen Perk, das mich verwirkt Ach eins Also jetzt nicht in der Klasse Ich hing im Schnee fest Oh mein Gott Was krieg er du Bimbo? Was krieg er du Bimbo? Habe ich es gesagt Der Kühl jetzt Meine Fresse Ich habe gesagt, können wir nicht entscheiden Da kam einer, da kam noch einer und dann ging gar nicht mehr Achso, die haben ich noch nicht mal abgeschossen 9 zu 2 ist klar Ja Ups, das ist nicht Das Ziel zerstören Kommt, wir stimmen jetzt gleich eine Predator oder so Kann nur Wenn nur die Drohne dabei Ja, ok Habe ich mich verteilt Aber ich habe da mal was vorbereitet Ist ja gar kein Problem Sagt der Kühl Äh, direkt danach werde ich erschossen Wieso stirbt der nicht Also bei A ist einer Wenn es irgendjemand interessiert Bei A? Dann laufe ich mal hinten rum Sie leben noch Ok, ich lauf doch nicht hin Wo, wo? Hinter mir Wir sind noch zu zweit gegen... Ja, bei mir ist einer bei A? Man Was? Den habe ich sogar gesehen, Cresigno Ja Ich dachte, wir haben 0 zu 4 hier, ey Ja Ich dachte, ich kann mich auf euch verlassen Ich streng mich diesen Mal nicht so an Jetzt sag mal ruhig, lass den Robert mal sicher Nicht mal Über dir, würde ich sagen Ja Rechts Aber unten, oder? Nee, doch, über Rechts über dir, war doch wichtig Danke Robert, hast du uns gemutet, du hast? Nein, ich dachte, der ist kommt auch rechts Aber rechts unten Ja, ich habe gesagt, über dir und dann rechts Über dir habe ich nicht verstanden Doch, ziemlich schwer zu verständen Wie könnt denn ihr rechts, oder Äh, hoch oben, oder unten hören? Das kannst du hören Mit dem richtigen Headset kannst du das, ja? Mit dem richtigen Headset kannst du das, ja? Nein, ich saue dämmig wieder gelaufen Nein, ich saue dämmig wieder gelaufen Fotze, ey Fotze, ey Fotze, ey Fotze, ey Hallo 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 Der Lars, nee, ne? Der hat keine Lust zu sterben, aber das Ich finde, man muss auch nicht immer sterben Nein, läuft doch hoch Oh Der hat mich Ninja Moose Ich Ich Jetzt geheimnisvoller B-Rennen Das kann doch nicht sein, ey Aufklärungsdrohne gesichtet Oh Mann War das geheimnisvoll auch mal wieder ein schönes Wort, ne? Mama Willst du nochmal drüber laufen? Ja, da irgendwo Ach, du Hast du keinen Ninja, Lars? Nö Du bist so überlegen, dass du sowas nicht brauchst Der ist, der ist Level 24 Ah Ach so Alter, ne Reaktionszeit wie ein Turnschuh, ey Sagt der Robert Oben, oben Sämtex 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 Als ob der da liegt Ja Kletter Ist eigentlich easy, was ihr da drauf habt Ich den verarscht habe, ey Eigentlich nur noch mal Das ist schon richtig kraft drauf Das, wenn du dich jetzt da hinlegst, wo ich vor zwei Folgen lag, kann ich dir sagen, wann er da ist Ich hab keine Ahnung So, nach rechts und da hinter die Mauer Hier Hinter dir, hinter dir Hier Nee Na da raus Jetzt mach einfach Ach Das ist rechts, aber das klappt So, da wo du gerade hingezielt hast, da siehst du ja rechts die Treppe und links daneben die Mauer Ja Ne Sterne betrachten, oder was Toll, wegen dir haben wir verloren jetzt Lars Ne, wegen euch Was sterbt ja nicht alle so schnell Ne, das stimmt nicht Wer ist denn ruhig Sunrise und Lars, danke Ich wollte ja mal kurz testen, wenn ich jetzt auch mal unten stehe, ob dann hier das Spiel reicht oder nicht, aber Ja Ist ja leerlich, was ich da Also jeder abzieht Ohne uns können die halt überhaupt nichts Echt? Traurig Und ich war ne Abschlusskamera, ey, das war ein bestimmter Hacker Du hast uns so verlasst Dann gehen wir doch mal raus hier Du hast uns verlasen Ja, geh mal raus Lobby verlassen Verlasen Du hast richtig, du hast richtig abgelast, ey Spiel Lobby geschlossen Was geht denn hier ab? Überraschung Ja Klar Geh mal raus Die wollen bei mich schon stumm geschalten Die wo du stumm geschaltet hast? So sieht's aus Lars Main Standing Guck mal Lars Main Standing Wo ist denn... Wer fehlt denn hier? Ja, Kühn Laber nicht, komm rein Wo rein? Achso, hä? Achso Ja Ich war bei mir grad noch da angezeigt in der Lobby Ja, gut Ja Fick dich Du Nachjoiner Wäre von euch Posten gleich nicht möglich So, kommt mal rein hier Was ist denn da? Ja, wenn die jetzt nachjoinen wissen wir, dass die uns nachjoinen Oder dass die durch Zufall reingekommen sind Aha So der joint nach Ja, zu Spam Favela Ist meine absolute Lieblingsmap Mach mal den rum, ey Nein, die kommen durch Zufall rein Nein, glaube ich nicht Als wären die gerade auch reingekommen Meinst du, dass die ewig suchen Und dann gehen wir kurz rein und ja, da ist der nächste Wer ist der Nachjoiner hier, Customer Killer Der auch, der Dominic Bro Noch mal raus Alter Vor allem, ich hab dem, der vorgeschreibt der Bimbo mir noch Ich, ich hab durch Zufall gesucht und ich join den nach Vor einer halben Stunde Und hat genau in dem Moment gerade wieder gesucht Klar Ja, dass er nachjoin hat er gerade immer hier schon Beweisend Beweisend Sein Spinst Was haben wir denn noch? Sei erster und gewinne eine 50 Euro entweder PSN, Xbox Live oder Paysafe Karte Und schreibe Was haben wir denn? Dicke Euter Dreckiges Maden Auge in die Kommentare Wann lädst du das hoch? Hehehe 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 Fucken, ey Ja, sieht's aus, als wenn keiner kommen würde Pass auf, jetzt gleich wieder Aha Alter, Clambo, alter Küh Und jetzt volle Konzentration von dir, will ich haben Das ist ein Bielefeld hier, also Von mir, ich war grad zweiter Ich war grad erster an dem Spiel Bielefeld gibt's nicht, hab ich gehört Invasion 0,20 incoming Sind hier jetzt alle rausgegangen Bisschen mehr selbstvertrauen 0,19 Ja Auf einen Spieler machen wir 6 gegen 2 Und Lachs Robert, gehst du ins Prestige? Keine Ahnung, kann sein Ah, endlich wieder der Volker ist dabei Ich hab mich Freu mich Warum? Volker Aho Weil er den Spiel dabei hat Nein, warum ich ins Prestige gebe, die Frage Ja Ich hab 10 Klassen Mehr Auswahl Mit welcher, mehr Auswahl Mit welcher Klasse du fail willst Ja Ja Dann unbedingt Nö, also ich denk mal Ich denk, ich kann mir Ja, ich denk schon Aber eher aus Bock wieder hochzuleveln Als Unbedingt ne neue Klasse zu kriegen Und da ich kein Asi sei, möchte ja PDM Kasten Ich hab keinen Bock nach dem Rauchzule PDM Kasten Unterstrich Kasten Ich glaub ich hab keinen Bock nach dem Rauchzule Ich glaub ich hab keinen Bock nach dem Rauchzule Ne, lass das mal Reicht, wer bei Hacker zu spammen lassen Und werden die Dreiviertel aller, äh, aller Spieler hier zu spammt Ja, macht bestimmt eh keiner Na doch So, probier ich mal ein bisschen was aus hier Hm Wer nachjoint darf weggetubt werden Okay Das Ziel verteidigen Sagt der Einzige, der nicht gut dabei hat Boah, bist du ja danach hier Der Volk hat's dir gezeigt Der Volk hat's dir gezeigt Ja, da bin ich halt im Nachteil, weißt du Ich bin halt noch unerfahren im Tuben Ich bin noch schon weg, du Missgeburt Ja, Doktor Stoffel hier, Doktor Nachjoiner, äh Da muss ja, da muss ja jetzt haben wir es denn wieder schütteln LOL Warum Hey, mach mal Mann Der hat keinen Bock zu sterben Ne, der hat wirklich, der Volker, der Robert, liegt links um die Ecke LOL Der Volker, Alter Drohne Drohne, Drohne incoming Wenn der Drohne mit hat Oder was war jetzt die Frage Toll, sehr schön, der hat den Custom-Kinder da Er befragt hat einer Volker, du behinderter Spastien Wo, echt? So ein Gummler Er hat ne Predator Ist er da drin Da Ah, da 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 kommt eine Oh, oh, Robert ist weg Nein LOL Woher hier nicht der Durchgang? Robert, du bist nicht Ich brauche Hilfe, ich brauche Hilfe Wo bist du denn? Hier rechts, außen ist einer Ja Fuck it Hallo, habt ihr nicht gesehen, wo der ist? Auf der Karte Mein Gott, Falker Gunnelord, ey Das kann doch nicht sein Ja, besten Dank Danke Hier ist einer Oh, Alter, was war das denn, ey Was kommt da von rechts, von rechts, hinter dir? Gut gemacht Gut, der Robert Der Robert, der spielt so ohne Todes auf Er ist echt den Arsch gerettet vorhin, Alter So schaut's auf Hack Hack Ganz klar Rainboard Robert, fick dich, du Hacker, ey Echt, ey Na ja Na ja Na ja, ich vermute mal Was hat der gehabt? Drohne, Vorräte Predator, oder? Also Ich behaupte mal, jetzt kommen Vorräte Meine Fresse Vielleicht hat ein Volker den Lappen mehr Ich weiß nicht grad, wer hinten ist Keiner hat Snipe bei dir am Spawn Oh 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 Der liegt direkt da um die Ecke, Resigno Oder wer da hinter mir war Oh 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 Einer war eben da in dem Haus Robert Wo? Oh 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 Ey, ohne Witz Gammelt der noch rum Mann Das ist noch nicht vorbei Toll Eben als ich da lang ging, da war natürlich keiner da oben drauf, ne? Jetzt gucke ich nicht, weil ich denke, du bist bei der Tankstelle Ja, toll, sind wir da oben So wie per Super, Casino Ah Suchen und zerstören Das Ziel zerstören Wir haben die Bombe Ich hab keine Ahnung, wo in den Notfallabwurf Ah Wat? Achtung, feindliche Vorrede Zeise, die kann ich ja noch nicht mal drunter holen, ne? Komm, ah Ah What? Oh Wie kann man Wer vor ist Woah Die Bombe wurde passiert War super Äh Ah, ficken Das war dumm Das war wirklich dumm Nein Die haben die gelegt, oder was? Ja, du musst ja schlafen Heiß Sag Na Boah, ey Nice Easy Ich bin unter Druck sitzen da, die Spacken Also dieser, äh Eight Ball, der Campt immer an ihrem eigenen Spawner Also da bist du auch so Der Campt dauerhaft irgendwo, äh Ne, da geh ich besser nicht lang, da kommt wir schon Ja Und die erstmal Feindliche Vorrede Feindliche Aufklärungsdrohne Gesichte Die verbündete Predatorakete im Anflug Ziel neutralisiert Nein Nein, da läuft einer Richtung Unseren Spawn Hab ich Boah, Alter Der Custom Hacker liegt um die Äh, Custom Killer liegt um die Ecke Da im Gras, äh Alter Der Custom Hacker Der ist jetzt in der Mitte Hast du gesehen, wo ich gestorben bin, Krieger? Eight Ball kotzt mich an Okay, du bist ganz woanders Warte mal, Robert Da, da, gerade aus links Da, hast du ihn gesehen, ey Krieger Hab ich ihn gar nicht gesehen, Alter Krieger Wie ist denn los? Zeit für den Tube Wo war der? Da, ja, da, da Da, da Raumhaft Genau, Robert Zu Recht, ey Die Typ hast du ja sowas von verdient Haben wir ja gesagt Nachjoiner werden weggetubed Das ist korrekt Ja, der schimmelt bestimmt irgendwo Und guckt die ganze Zeit auf die Bombe So, Eight Ball A, dann erklärt auf Lass den Krieger aber auf der anderen Seite folgen Äh, der, der, äh Problem ist, Krieger läuft so langsam wie die Zeit davon, ne? Ach, wir haben Zeit Der muss schon Da Wo hat der jetzt immer gecampt? Ja, der hat Auf der linken Seite, also links von unserem Spawn Hat der gecampt Da, wo er sich jetzt hin bewegt Ja, der hat mich da, bei der, wo die Bombe war Der hat mich gekillt im Langgang Da liegt er da, oder? Da, rechts ist er Ich hab damit Ist er nicht gehört? Ne Wie denn? Aber die zwei Schritte konnte ich so nicht haben Ich hab' den weggegeben Ich hab' den Kühl Ja Ach, die Drohne meine Fresse ja ja Volker Racho in deinem Mann wohl Lars, jetzt legt dich da nicht da ich kann das aber überhaupt nicht warum legst du dich denn offensichtlich da hin 3 kannst du noch mal schießen nein 3 dann leistest du dann nimm schnell nach du kannst auch mehrmals damit schießen sag mir lieber wo wir sind einer bei A in dem Haus 2 rechts von unserem Sporn kannst du reindrücken Leute sagt mir doch wo die sind ja wenn der so zoomt, ich seh ja nix im Mittelgang bei der da musst du genau ins Fenster zielen Lars nee nicht mit dem Ding mit dem anderen das hast du noch nie gehabt oder das Ding wie geil wäre es gewesen wenn er jetzt in seinen eigenen wirft da den Zenplex den Runden wahrer oh mein Gott ich hab eben wenn man wenn man eiskalt und den ganzen Scheiß hat dann wird man nicht angezeigt, oder? nee ja an dieser Stelle das war fickt euch ihr Hacker gut Schuss bis zum nächsten Mal tschüss ja und fickt euch ihr Nachjoiner echt ja